So, ich hab zwei Typen rausgelockt und abgeknallt, aber hier oben scheint noch einer zu sprechen. Aber wir sind auf jeden Fall schon weiter als zuvor. Deswegen trau ich mich mal eben nach oben. Ganz vorsichtig, um das Gelände hier zu begutachten. Ja, wir könnten zunächst in Deckung da springen, nach... Fliege, lass mich. Ähm... Ah, Fliege, lass das. Ah, da sind sie. Okay, er hat eine gefühlte halbe Stunde wieder gedauert, nur als Zeitangaben. Oh nein, da kommen ja noch viele mehr. Ach du, mein Heiland. Ich will nicht mehr. Ich hab jetzt schon wieder keine Lust. Aber ich glaube, wenn wir zu dieser Tür, die da hinten blinkt, kommen, dann speichert der bestimmt. Deswegen schaffen wir das jetzt. Bin ich mal ganz stark für. Und ich bin so ein Trottel. Bevor ich aufgeladen bin, gehe ich schon wieder aus der Deckung raus. Komm, zeig dich doch bitte. Komm, komm. Dankeschön. Dass die immer gleich ihre Kopfbedeckung verlieren. Das ist mal irgendwie lustig. Ähm, ja. Ah, ich glaube, hier ist keiner mehr. Dann können wir uns doch mal in die Höhle des Löwen gleich wagen. Ich hab auch eine Waffe, eine neue Waffe auf dem Weg aufgesammelt. Gut, äh, wir benutzen trotzdem weiter die Thompson. Und hoffentlich speichert der jetzt. Ich wäre sehr dankbar. Dankeschön. Haben wir zumindest das hier geschafft. So, was müssen wir jetzt setzen. Müssen wir weiter runter. Ich glaube, da... Da warten auch wieder Leute auf uns. Die wollen alle sterben. Wo seid ihr denn, meine Kinder? Wo seid ihr denn? Jetzt mal ganz weg. Wah! Irgendwie kann ich mich an das Gelände hier erinnern. Waren wir hier schon mal? Oder erinnere ich mich aus dem letzten Spielgang? Ah, vom Globus erschlagen. Auch sehr schön. Also, sah zumindest hier so aus. Ich weiß, dass das nicht geht wegen der Spielmechanik und die Fliege fliegt mir mitten ins Gesicht. Die sind hier so penetrant. Ich glaube, das wird dann die nächste Generation noch weiter vererbt, dass die mich ärgern sollen wie sonst was. Ja, ich will euch abknallen. Darauf wartet er. Dass er abgeknallt wird. Mann, wollen hier viele ihr Fett weghaben, ey. Wer hat... Dass der Carlo so viel Angst vor mir hat, dass er gleich 20.000 Killer arrangiert, ne? Oder engagiert? Engagiert. Ich glaube, engagiert ist richtig. Ne, oder auch engagiert. Ja, ihr seht schon, meine Gehirnzellen sind voll weggesoffen. Ich habe Mühe, vollständige Sätze zu bauen. Aber wir schaffen es trotzdem. Da bin ich mir hoffentlich sicher. Ja, du bist auch weg. Und da hinten wartet noch einer. Irgendwie halb in der Deckung versunken, aber nicht so richtig. Und ich lade hier extrem oft nach, obwohl das nicht nötig wäre. So. Das hier ist eigentlich auch noch recht einfach, aber gleich kommen wir zu Carlo. Und Carlo ist echt eine harte Nuss. Und die hier auch, wenn sie plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Ne, ne, wartet mal bitte, bis ich mich aufgeladen habe. Und dann kannst du es nochmal versuchen. Aber dann kille ich eher dich. Mit einer Schrotflinte, wie süß. Was ist das denn? Singularity, oder was? Ja, keine Ahnung, wie ich darauf komme. Wow. Ja, nicht mehr nötig. Jetzt seid ihr alle weg. Ach nee, da lebt noch einer. Was die teilweise überleben, wenn ich den mitten im Kopf schieße eigentlich. Also zumindest gefühlt. So viel mehr Feinde können das eigentlich nicht mehr sein. Achtung. Einer auf jeden Fall noch, der da. Aber ich glaube, das war es dann tatsächlich. Weil wir jetzt, äh... Dem habe ich ja dreimal in den Sack schießen müssen. Das ist doch nicht normal. Und der hat nicht mal geschrien. Ich glaube, da ist nichts. Frau, du. Äh... Ich glaube, wir müssen genau hier rein. Tür öffnen. Jetzt speichert er hoffentlich. Und jetzt wird es gleich Hardcore. Ah, wer kommt denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Carlo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hm? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelöscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Ich war mal ein Bauer. Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbirgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Sei doch nicht so sauer. Falls du vor hast, abzudrücken. Tu's einfach. Worauf wartest du? Vito. Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blech ihn um. Zwei. Sofort. Getroffen? Nein. Jetzt wird's hart, weil man hier tatsächlich keine Deckung hat und die von allen Seiten kommen. Aber ich versuch mein Bestes, dass wir es beim ersten Mal gleich schaffen. Mach die zwei Irren um. Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Doch, doch, kann ich. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freu mich schon drauf, wenn du krepierst. Ich mich nicht so. Weil ich gerne leben wollte. Müssen wir jetzt eigentlich vorrücken zum guten... Weil da irgendwie ein Ziel angezeigt wird. Ja. Ah, jetzt habe ich auch eine falsche Taste bekommen. Ja, aber was für zwei. Angst? 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 Nein, ab! War er das? Ja, die haben ihn erwischt. Super, beim ersten Mal. Zehn Jahre lang. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich es für mich. Scheiß! Auf! Scheiß Wichser! Ja, das ging doch gut. Das Familienalbum wurde freigeschaltet. Da gucken wir gleich rein, würde ich sagen. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du das nicht gemacht? Du schuldest mir noch 5 Dollar, Mann. Guter Grund. Ja, Loyalität, Freundschaft, ne? So viel zum Thema, alles für die eigene Familie tun und nichts für Freunde. Was wartest du da? Ja, ich gehe raus. Du kannst da gerne noch hier Sterne angucken. Den großen Wagen suchen. Was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Was das wohl zu bedeuten hat? Was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Oder da kommt jetzt Ende, Spiel vorbei. Irgendwas kam da und dann habe ich mich aufgeregt, weil das Spiel nicht weitergeht. Und das Ende ist ja kein Ende, oder? Weil der, was ist ja denn jetzt mit dem guten Joe? Das wird nicht aufgeklärt. Der ist einfach weg. Einfach verschwunden. Nicht mehr da. Tod? Wird er jetzt getötet? Oder wie war es jetzt? Und das, das ist wirklich der, der Grund, warum ich das Spiel scheiße finde. Also das hat das so mega abgewertet, weil ich mag es einfach nicht, wenn ich ein Spiel kaufe, weil Mafia, Mafia 1, also Mafia 1 war ja nicht so, dass es irgendwie zu Mafia 2 geführt hat. Mafia 1 hatte eine abgeschlossene Handlung. In sich schlüssig. Und das Ende war auch in Ordnung. Damit konnte man gut leben. Das war ein Ende. Kein offenes Ende. Und das hier ist ein mega offenes Ende. Also das sieht eigentlich so aus, als wäre das jetzt mitten im Spiel, gar nicht abgerundet und da müsste jetzt eigentlich noch was kommen. Weil man möchte ja jetzt wissen, was passiert mit Joe, was passiert mit Vito, wie geht das jetzt alles weiter mit denen, ne? Man weiß es nicht. Und man wird es auch nicht erfahren, weil soweit ich weiß, in den beiden DLCs, da gibt es einfach nur neue Missionen, wo man halt ein paar Gegner erschießt, erledigt. Und weiter nichts, ne? Und das ist einfach, weiß ich nicht. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und das ist einfach enttäuschend. Also dafür, dass man so viele Jahre, man hat ja auch, also man hätte länger auf Duke Nukem Forever gewartet, aber auf Mafia 2 hat man auch viele Jahre gewartet. Ja eigentlich, na doch, man hat schon gewartet. Also ich habe zumindest auf den Nachfolger gewartet, weil ich dachte, nach dem ersten Teil, der so geil war, kann auch nur ein guter Zweiter folgen. Weil, weil, die zwar hat sich die Story nicht angeboten, den ersten Teil irgendwie fortzusetzen, aber es hat sich angeboten, dieses Genre, das, was Mafia 1 so ausgemacht hat, das irgendwie in den zweiten Teil zu übertragen. Das hätte man gut machen können, so à la GTA oder so. Mafia 1 war zwar kein GTA in dem Sinne, aber es hatte eine gute Geschichte zu erzählen. Ich mag es, wenn ein Spiel eine gute Geschichte zu erzählen hat. Und das gucke ich mir dann auch gerne an, das spiele ich dann auch gerne. Das ist wie mit einem guten Film, den gucke ich mir auch gerne an. Gerne auch zwei, drei Mal, wenn der gut ist. Aber das Spiel, das spiele ich eigentlich nicht zweimal. Gut, ich habe es ja zweimal gespielt. Einmal, um zu zeigen, dass ich es auch schwer spielen kann, um es mir selbst zu beweisen. Und dann noch, weil ich, ja, weil ich es auch gerne Let's Played habe. So ist es ja nicht. Ich habe, ich habe, ich komme, ich spiele, Moment. So, nochmal. Ich spiele gerne ein Spiel nochmal, wenn ich es schon gespielt habe. Es ist einerseits einfacher, als etwas blind zu spielen, weil man halt schon weiß, was in etwa auf einen zukommt. Und dann ist es auch noch interessant, das zu kommentieren, weil es noch was anderes ist. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, wenn bei solchen Schießspielen oder so, bei solchen, ja, Schießsequenzen, wenn ich dann mit einer Waffe im Anschlag rumlaufen und Gegner erledigen muss, das liegt mir einfach nicht, das dann irgendwie so zu kommentieren. Es liegt mir eher, ja zum Beispiel solche Credits mit Kommentar zu untermalen, weil das ist einfach einfacher. Biggest thanks to our families, mostly to our wives, girlfriends. Hm. Ja, schön. New kids spawned during... Was? Das sind alles Kinder, die wären... Warum sind das alles russische Namen? Oder täuscht mich das? Größtenteils, ne? Oder ist das jetzt... Sind die russisch, die Publisher und Entwickler? Ich habe keine Ahnung. Aber da sind gerade schon viele neue Kinder geboren, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wie ist das mit euch? Plant ihr Kinder? Nein. Doofe Frage. In solch einem Ende. Nein. Was haltet ihr vom Spiel? Das passt jetzt viel besser. Was stimmt hier meiner Kritik so zu? Oder findet ihr das Ende sogar gut? Sagt ihr jetzt, ich bin damit zufrieden und die Fliege? Soll ich die jetzt noch irgendwie töten? Ich habe leider keine Fliegenkatschette. Ah, Mann! Was soll denn das? Die ist penetrant ohne Ende. Es ist nur eine, glaube ich. Ich habe heute aber auch schon zwei gesehen. Aber die eine habe ich, glaube ich, getötet. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ähm. Ja, was haltet ihr vom Spiel? Findet ihr es gut? Würdet ihr euch einen dritten Teil wünschen? Was sagt ihr zum ersten Teil, wenn ihr ihn schon gespielt habt? Kennt ihr den überhaupt? Ich überlege ja immer noch, ob ich den vielleicht doch let's playen sollte, weil ich noch gar nicht weiß, was ich nach Let's Play Lost Viadomus machen soll. Außer Wolfenhain. Wolfenhain wollte ich ja auch noch fertig let's playen. Zumindest die Demo, bevor die Vollversion rauskommt. Das wäre irgendwie peinlich, wenn ich die Demo let's playe und dann kommt währenddessen die Vollversion raus. Aber, naja, wir sehen mal. Und, äh, aber ich wollte parallel auf jeden Fall noch ein 3D-Titel wieder machen. Allein schon wegen der Abwechslung. Und weil ich auch am Tag möchte ich schon zwei Parts auf jeden Fall hochladen. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Also ich möchte gerne ein Retro-Spiel und ein, ein, äh, ja, wie möchte man das nennen? 3D-Spiel, kann man eigentlich sagen. Ich wollte erst neuartiges Spiel sagen, aber das ist ja alles nicht so neuartig. Also wenn ich mal für eins letze, wäre das ja auch schon ein paar Jahre alt. Also das ist auch fast Retro wieder. Da kommen bei mir schon wieder nostalgische Gefühle hoch. Äh, von daher. Aber, ähm, ich möchte das auf jeden Fall so halten, damit dann verschiedene Zielgruppen wieder angesprochen werden. Weil ich habe das auch zum Beispiel gemerkt. Mein Lost Viadomus gucken zum Beispiel ganz wenige. Deswegen möchte ich parallel dazu mal was anderes anbieten, damit jeder irgendwie zufriedengestellt ist. Und damit jeder einen Grund hat, dann auch jeden Tag auf meinen Kanal zu schauen. Und das ist einfach zuschauerfreundlicher. Und ich möchte auch ein bisschen zuschauerfreundlicher sein. Weil ich gemerkt habe, dass ich es nicht so unbedingt bin. Äh, weil ich halt so unregelmäßig hochlade. Und weil ich auch immer von Kommunikationsfluss, dass ich sage, was gerade Sache ist und warum ich nichts hochlade und so. Das habe ich auch nicht immer so gut gehalten, so optimal, wie man es halten könnte. Und wie lange gehen denn bitte noch die Credits? Ich kann doch hier nicht die ganze Zeit quatschen. Was möchte ich denn noch erzählen? Ach, ich war eben auf dem Klo vom Let's Playen, habe ich noch eben schnell gepinkelt, damit ich das nicht wärme. Das Let's Play ist ein guter Trick übrigens, wenn ihr Let's Player werden wollt und ihr müsst nochmal, dann geht besser vorher, weil sonst drückt es ganz schön auf die Blase. Und jedenfalls stand da die Waage gerade so. Und ich dachte so, ich wiege mich mal. Ich bin nicht besonders schwer, muss ich gleich mal dazu sagen. Und die Waage zeigt mir auch tatsächlich drei Zahlen an. Also natürlich, ich wie ja schon im zweistelligen Kilogrammbereich und dann zeigt er mir noch eine Grammzahl mal an, im 100er-Bereich. Ja, und dann stand da 66,6 Kilogramm. Zahl des Teufels, dreimal die 6, ne? Also für alle, die jetzt nicht so genau zugehört haben, ich habe jetzt nicht Sex gemeint, also den Wettsport, denn ich meine eher das lateinische Sex, was dann für 6 steht, für das Zahlwort. Ja, und das hat mich ziemlich irritiert und ich war ziemlich geschockt und dann habe ich mich erst mal im Spiegel angeguckt mit einem krassen Blick und dachte so, wow, du bist der Teufel. Und dann habe ich gedacht und überlegt, ist das jetzt gut oder schlecht? Und was wird denn jetzt gerade angezeigt schon wieder? Playboy? Warum wird der Playboy da angezeigt? Egal, wird schon seine Richtigkeit haben. Meine Güte, ey. Die übertreiben auch hier, aber mit ihrem Copyright und ihren Credits, das ist doch nicht normal. Jetzt kommen wir mal an, Nvidia, was soll das denn? Ach ja gut, die haben hier dieses Physics, oder wie das heißt, dieses Mega-Physik-Dings-Boomster unterstützt, dann sieht alles noch, wenn man da eine Granate wirft oder auf irgendwas Explosives schießt, dann sieht das alles noch viel fulminanter aus. Habe ich glaube ich in einem der ersten Parts auch erwähnt. Ist aber auch schon ein halbes Jahr wieder her, deswegen kann ich es ruhig nochmal erzählen. Und die Credits sind vorbei. Oder? Ja! La-la-la, geschafft. Ja, ich glaube ich wollte noch eben in die Extras schauen und das Familienalbum angucken. Äh. Ja, schön. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mir das jetzt alles durchlesen wollte. Ich habe jetzt irgendwie eigentlich Bilder erwartet. Was, wer ist denn Stephen Coyne? Stephen, achso, das ist der, der, ähm, hier die rechte Hand, ja von Derek, steht da ja. Derek Papalado. Brian O'Neill, den haben wir ja verknastet. Mr. Wong war... Wer nochmal? Aber den haben wir auch umgebracht. Stand da auch gerade, ne? Achso, ne, steht da nicht, da stand irgendwas mit Opium. Dass er damit belohnt wurde mit seiner, äh, Position. Tony Balls, ja, Rocker. Warum werden denn jetzt die Rocker nochmal angezeigt? Rocker tauchten in den USA erstmals Anfang der 50er Jahre auf und heißen wegen ihrer Pomadenfrisuren, auch Guisa. Habe ich noch nie gehört. Sie haben eine Vorliebe für Motorräder und frisierte Autos und bilden die unangepasste Fraktion der Rock'n'Roll Generation. Man kann sie schwerlich als Geist, als Geister, ganz genau, richtig gelesen, Lenti. Nein, als Gangster bezeichnen, doch in ihrer rebellischen Arroganz können sie durchaus gefährlich werden. Die Rocker in Empire Bay werden vom ehemaligen Panzerpionier Billy Bones Barnes angeführt. Beliebte Treffpunkte sind Werkstätten oder leere Grundstücke in Millville, wo sie sich Rennen liefern oder sich volllaufen lassen. Habe ich noch nie gesehen. Also nicht hier im Spiel, meine ich. Mike Brewski, den kennen wir ja noch. Da haben wir um Autos abgeliefert. Harry, von dem haben wir einmal Waffen gekauft. Bruno war der nette jüdische Geldverleiher. El Greco war... Wer war El Greco? Siehste mal, ne? Die kennen wir alle gar nicht. Wer war denn El Greco? Ach, das war der Arzt, genau. Giuseppe, da haben wir hier... Da haben wir zweimal. Einmal, als wir unsere Dietrichi gekauft haben. Einmal, als wir den guten Joe gesucht haben. Freddy Macchione. Was ist das denn für einer? Kenne ich nicht. Jack Olivero. Kenne ich auch nicht. Sidney Penn. Habe ich auch noch nie gehört. Ach, wenn das der Fette ist, den wir erledigt haben. Der hat doch Henry ins Bein geschossen. Ich glaube. Naja, ist jetzt nicht so spannend, wie ich dachte. Und die Musik wird ziemlich laut. Ja, sehr schön. Schön, schön alles. Ja, und dann verabschiede ich mich damit. Und sage Tschüss. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.